Hallo Guys und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren epischen Part. Mein Akku ist fast leer. Travis Touchdown Challenge Terraria Action. Es ist Zeit den letzten Boss wegzuregen, Leute. Seid dafür bereit, ich bin es. Fuck you! Lass uns loslegen. Bitte nicht Fremdling. Du bringst dich nur selbst um. Fick dich! It's game time! Fuck dich! Blueberry Cheese Brownie! Was ist das? Puh! Nice! Ja, Leute, der Dark Tip ist halt ziemlich sick. Ich habe mir den Tag extra gestellt. Habe dann mal ganz hektik des Kampfes. Fuck you! Nicht angemacht, deshalb weiß ich nicht, wie lange ich jetzt dafür gewöhnt habe. Aber es war bestimmt keine halbe Minute, wo wir den Dark Tip aktiviert hatten. Das wird schon passen. Fuck it! Ja, Leute, es wird bald wieder eine neue Segretor Area Challenge geben. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei diesem Video. Fuck you! Auch wenn es das jetzt halt nur so ein kleiner Kampf war. Aber das war das Ende der Challenge und das hat dazu gehört. Mal die Warterei auf die Nacht und hier überhaupt hinkommen, habe ich euch mal erspart, würde ich sagen. Ich fand, so rückblickend auf die Challenge, fand ich den Dark Tip zu OP. Fuck you! Das wäre halt eine verbesserungswürdige Sache, wenn jemand diese Challenge machen möchte oder wenn ich sie nochmal machen möchte. Halt quasi, ja, den Dark Tip ein bisschen schwächer zu machen. Vielleicht einfach nur das bessere Beam Katana und das war es dann auch schon. Das ist halt eine Möglichkeit. Ja, jetzt können wir in den Dungeon, wo der Boss tot ist, aber das ist ja recht uninteressant für uns. Und den Dunkelheit, würde ich sagen, verlasse ich euch. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis dann, Leute. Ciao! Ciao! Ciao!